Das Aufbauprinzip ist ein von Niels Bohr 1921 entwickeltes Konzept, um das periodische Auftreten der chemischen Eigenschaften im Periodensystem der Elemente mithilfe der Eigenschaften der Atomhülle erklären zu können. Es wird verwendet, um die Anordnung der Elektronen in Atomen, Molekülen oder Ionen im energetisch niedrigsten Zustand zu ermitteln. Dem Prinzip liegt ein Prozess zugrunde, der das sukzessive Auffüllen der Atomhülle mit Elektronen beschreibt. Elektrostatisch angezogen durch die Protonen im Atomkern sucht jedes neu hinzugefügte Elektron für sich den Zustand geringster Energie. Dieser befindet sich in dem Atomorbital, das die niedrigste Energie hat und noch nicht voll besetzt ist, wobei die maximale Elektronenanzahl in jedem Orbital durch das Pauli-Prinzip gegeben ist. In diesem Orbital verbleibt das Elektron auch wenn weitere Elektronen hinzukommen, denn die energetische Reihenfolge der Orbitale bleibt bei steigender Elektronenzahl fast immer erhalten. Daher sind die Atomhüllen aller Atome in ihrem Innern gleich aufgebaut, nur dass mit steigender Kernladung die Orbitale fester gebunden werden und sich enger um den Kern konzentrieren. Nach dem Prinzip füllen die Elektronen die Orbitale immer so auf, dass die Hülle den Zustand einnimmt, der im Rahmen des Modells unabhängiger Teilchen die geringstmögliche Energie hat. Wenn für ein Elektron mehrere Orbitale mit gleicher Energie zur Auswahl stehen, wird laut den Huntschen-Regeln aufgrund von mehr Teilchen-Effekten das schon teilweise besetzte Orbital bevorzugt. Das Aufbau-Prinzip kann analog auch herangezogen werden, um die Anordnung von Protonen und Neutronen im Atomkern zu beschreiben. Das Modelung-Energieschema Die Reihenfolge nach der die Elektronen die Orbitale besetzen wird durch die Regel beschrieben. Orbitale mit einem kleineren Wert werden vor den Orbitalen mit einem größeren Wert gefüllt. Neben Quantenzahl, falls die Werte gleich sind, wird das Orbital mit dem kleineren Wert zuerst gefüllt. Dieses Verhalten der Elektronen wurde experimentell durch die spektroskopischen Eigenschaften der Elemente herausgefunden. Die quantenmechanische Erklärung der Regel basiert auf der Gesamtanzahl der Knoten in einem Orbital, was den Energiezustand widerspiegelt, sowie auf der bei größerem stärkeren Abschirmung des anziehenden Kernpotenzials durch die anderen Elektronen. Konkret werden die Elektronen der Reihe nach in folgende Orbitale eingegliedert. Hinweis Das Modelung-Energieschema kann nur auf neutrale Atome in ihrem Grundzustand angewendet werden. Erläuterung zum rechten Bild Die Orbitale der Atomhülle werden in der Reihenfolge des Pfeils mit Elektronen besetzt. Von links nach rechts sind die Orbitale der Atomhülle aufgezählt und von oben nach unten die Schalen, jeweils mit Buchstaben als entsprechendes Kürzel. Die hochgestellten Zahlen geben jeweils an, wie viele Elektronen sich maximal im Orbital oder in der Schale aufhalten können. Der für die Besetzung entscheidende Wert N plus L nimmt in dieser Darstellung diagonal nach rechts unten zu. Daher haben alle Orbitale auf Linien senkrecht zu dieser Richtung jeweils den gleichen Wert N plus L. Gemäß der Regel werden in diesem Fall zunächst die Orbitale mit den kleineren N-Werten besetzt. Ha! Die einzelnen Diagonalen werden von rechts oben nach links unten durchlaufen. Der blass dargestellte Bereich ist theoretischer Natur, da noch keine Atome mit so vielen Elektronen und den damit erforderlichen großen Kernen entdeckt oder erzeugt werden konnten. Ausnahme Nicht bei allen Atomen folgt die Besetzung der Schalen der obigen einfachen Aufbauregel. Grund sind relativistische Effekte und Effekte aufgrund der Korrelationen mehrerer Elektronen untereinander, die bei größerer Ordnungszahl eine immer größere Rolle spielen, aber innerhalb dieser Aufbauregeln noch nicht berücksichtigt sind. Beispiele von Elementen, die sich anders verhalten. Bei Lantan besetzt zuerst ein Elektron ein Orbital der 5D-Unterschale, bevor 4F aufgefüllt wird. Bei Actinium besetzt entsprechend ein Elektron 6D, bevor 5F aufgefüllt wird. Die Elektronen besetzen zuerst leere Orbitale innerhalb einer Unterschale. Bei Kupfer und Chrom wechselt ein Elektron des 4S-Orbitals in das 3D-Orbital. So dass das 4S-Orbital trotz seines niedrigeren Energieniveaus nur einfach besetzt ist. Allerdings sind so die 3D-Orbitale halb- bzw. vollständig besetzt. Die Elektronenkonfigurationen jenseits des Elementes Raerfordium sind noch nicht eindeutig bestätigt bzw. bewiesen. Das folgende Periodensystem und die folgende Liste geben einen Überblick über die Ausnahmen. Dabei wurde die auffälligsten Gemeinsamkeiten zusammengefasst. Auszug aus dem Periodensystem Liste AB bei Nickel sind nach aktuellem Wissenstand beide Elektronenkonfigurationen möglich. AB bei Lorenzium legen quantenmechanische Untersuchungen eine Abweichung der Elektronenkonfigurationen nahe. Siehe auch, Elektronenkonfiguration, Periodensystem, Valencelektron. Elektronenkonfiguration, Periodensystem, Valencelektronen. Siehe auch, Elektronenkonfigurationen.